je nachdem wir halt online. und wie viel guckt ihr gleichzeitig? also eher mehr als ich. also ich kann zum also ich tue ja multistream hernehmen da schaue ich dann zum teils 3 streamen gleichzeitig und schreib auch noch 3 gleichzeitig. da werde ich ja bekloppt bei werden. ne das geht eigentlich. ich habe ja schon das problem wenn ich zwei drei leuten zugucke dieses stimmenwirrwarr dann da kriegst du total an deiner marmel. du musst es halt dementsprechend wie du sie halt hörst wenn du eine person hast die du es angenehm findest die kannst du ein bisschen leiser machen als wie den den du es so schlechter verstehst. und dann kannst du das so variieren und dann kannst du drei streams gleichzeitig schauen. okay super cool. weil nicht jeder immer gleichzeitig was sagt. das stimmt. das ist richtig. also bei mir sind 27. ach du hast das nicht. 27? ja sie schaut mehr als ich. also wo ich ein follow habe. okay. bei den guckst du dann auch immer regelmäßig zu. ja. faszinierend. maximal zwei und dann kriege ich den top kömmelst wenn ich da den zugucke. ich würde ja auch gerne mehr den leuten zugucken aber ich mach das halt anders. also ich zwitsch halt durch die kanäle durch und dann sag ich mal da hallo da hallo da hallo und dann wechsel ich immer wieder hin und her. wie so ein riesenrad würde ich mir sagen. ja kenne ich ja schon. geh mal mit jetzt hier du. schickst doch zu mir bitte. ja hab ich doch gerade. ist ganz komisch dass ihr die motten habt. ja komisch ne. ja die welt ist klein ne. twitch ist ein dorf ne. oder wie war das. die haben ja irgendwie denselben geschmack. ja ja. wie der zwitscher zwitscher. getty das treffen war jetzt hier gerade aktuell echt spontan ne. ja das war wirklich spontan. das war echt spontan gerade das treffen. aber es ist auch immer eine schöne plattform sich mal mit anderen leuten zu unterhalten die man so aus dem stream kennt oder nicht. also wenn man die möglichkeit hat oder sowas ne. also ich finde es ich finde es nicht verkehrt. also ich hätte ich hab da bock drauf ne. also wie gesagt grumpy ist ja auch bald nochmal auf der liste drauf. bei nyeli waren wir ja gestern. da wird es auf jeden fall irgendwann auch nochmal wenn es die möglichkeit ergibt sich nochmal zusammen vielleicht ein stream ergeben. manu mischa. manu mischa. manu mischa. manu da waren wir ja auch. da haben wir euch auch so geguckt. ja. ja gut. ihr siehst ja selber das kamera equipment. das telefon. da noch der router. da hinten die power bank drinnen. das ist halt kleines equipment. ne. aber. das ist so typisch grumpy wieder. was hat angeschweben? ehrlich. dann weiß das. hätte ich gewusst dass du nach bayern fährst hättest du den mit direkt mitnehmen können nach straubing. bist du in straubing oder was? was machst du in straubing und warum lässt du dich nie vor uns blicken? wie bist du in straubing? das ist voll cool. ja gerti ne. wie gesagt ich finde das ich finde das auch mega klasse. mir macht das mega spaß sowas. jetzt mal ein bisschen was anderes als nur bienchen. ne. bienchen und blümchen wollte schon was sagen. ach so. das ist ja schon wieder was anderes. ach so. ja grumpy. ich kann doch nicht gedanken lesen mensch. wenn ich gedanken lesen so erkennt könnte dann wäre ich dann hätte ich die lotto zahlen. dann wäre ich schon. dann wäre ich schon irgendwo. hätte ich mir irgendwo anders ein häuschen geholt oder sowas. und du hättest ganz kameradkraftlich mit deiner community geteilt. und ganz kameradkraftlich. dann schnuck ich mich schon. ach ja. grumpy ich habe ein nubelsieb. ich vergesse das immer wieder. wenn da ja nora mich nicht an manche sachen erinnern würde. dann würde ich wahrscheinlich selbst kopflos ohne kopf rauslaufen. kopflos ohne kopf. ohne kopf. na. das ist teilweise doch. was man so. teilweise sagt man so. ne. ja. da grinst du im hintergrund. da grinst du im hintergrund. ja. ich bin noch anwesend. chefin ist noch anwesend. chefin hält die leuchte. damit wir uns. damit ihr uns seht. na. und deswegen. dann muss ich denn morgen aufstehen. acht stunden. acht stunden. acht stunden. ach neun stunden. ja doch. geht schon. dann muss ich wahrscheinlich so um sieben. sechs. sieben aufstehen. dann bin ich nur so. so zu hause bin. ja kommst du hin. und dann gibt es wieder die on tour. acht stunden ja ich weiß nicht ich denke mal so um die uhrzeit um so später herausfährst die frage nur kaputte leute durch die gegend welche die leute rumgefahren sind junge junge wieder weg bin und wir haben hier alle die sind nicht geschält hier überhaupt nicht also münchen ist ja noch mal eine ecke kasse also da gibt es sachen so wie leute schneiden und so das tun sie ja auch schon das habe ich ja schon mitgekriegt scheffen ist die stand leuchte genau das silke und mein bruder sind da und scheffen genau die scheffen ist im hintergrund genau aber wie gesagt ich denke morgen so um keine achten oder sowas geht es dann wieder zurück ich fahr zum beispiel gerne in der nacht ja ja ich auch was heißt ich auch aber jetzt zum beispiel sonntag für heute hast unseres und dann abends los ist das ist doch schon ein bisschen anstrengender soll jetzt mal los zu fahren das stimmt auch da hätte ich mich um 18 ins bett legen muss man so was und dann im vier aufstehen oder so was oder drei deswegen